Bitte Ruhe in der kompletten Halle. Halt mich nicht dran, egal. Deseus sitzt im Abendbrot, er wartet auf den Gnabentod. Er irrt durchs Lamyren, seit er den Farben verlor. Reinhold sieht hingegen klar, er auch da im Himalaya den Gipfel zwar schon nah, doch auch schon zapfen am Ohr. Und beide verbindet im Grunde nur dieses Lied wie ein Echo aus den Falten der Zeit. Dass sie führt, inspiriert, dass sie Kraft gibt und schneit, dass sie festhält und doch vorwärts treibt. Und das Lied geht folgendermaßen, und ihr könnt ja versuchen beim zweiten Mal mitzusingen. Für einen Holzweg geht sich die Strecke viel zu steinig. Es kann also kein Holzweg sein. Das war ganz logisch. Okay, jetzt geht weiter. Reinhold Mester denkt sich Mist. Sehen wir's, wie's ist. Ich habe am Nordwand meine Ausfahrt verpasst. In dem Moment wird Theseus klar, wenn er hier zwar schon war, und damals hat er nicht in Ochsen-Exkremente gefasst. Als Theseus sich vorwärts traut, den Reinhold laut, hatte ich für mich nen Kompass gebaut. Aus Körperfett, Korf, Hornhaut und Morgentown. Oder hat ihn der Yeti geklaut? Möglich, denn für einen Holzweg geht sich die Strecke viel zu steinig. Für einen Holzweg geht sich der Weg auch viel zu schwer. Ein Held bewegt sich stettig. Auf das Ziel zu ist die Strecke auch friedlich, neblich und uneben. Hebt sich und dreht sich und so. So lang die Steigung in den beiden Schmerzenshoffnung. Denn es geht bergauf. Okay, bist du denn mitgekommen? Okay, jetzt geht weiter mit der Geschichte. Theseus weiß die Scheiße weiß den Weg zur Schnur zurück. Dort wartet auch der Minotaurus, der den Ausgang versperrt. Zum Glück hat unser Held die Schnur zurückgewickelt. Strickt ein rotes Tuch, der Stier erschlickt. Der Held passiert unversehrt. Die Flucht, sie gelingt. Draußen wartet und winkt. Ariadne, doch als sie ihn sieht. Wie er humpelt und hinkt. Hager schorfig und stinkt. Senkt sie schnell ihre Arme und flieht. Reinhold fühlt sich fit, als er den Kippen betritt. Nach all dem bitteren Shit am Zenit angelangt. Er weiß es, er das alles nur dem eigenen Fleiß. Seinem Tränen, seinem Schweiß und sonst niemandem verdankt. Und auf dem Gipfel steht Aussichtsgerät. Es ist ein Münsterbuch von dieser Art. Die Gollandspreis für Heldenmut aus, aus. Die Punkte aufstellen tun. Zum Glück hat Reinhold das Liftgeld gespart. Und er sieht und fleckt. Sein Sichtfeld verdeckt. Und wickelt wie wild. An der Schärfe zu drehen. Das ist doch Konfetti. Und das doch der Yeti. Und langsam beginnt, unser Held zu verstehen. Bunte Hüte, bunte Frau. Ihr Lappen und ein Clown. Bunte Drinks, Bier, Schnaps und Smarties. Reinhold steht im ewigen Eis. Die tolle Aussicht ist sein Preis. Doch einen Gipfel bei der Unsteigt die Party. Und ihr fehlt die Party. Hey! Da, 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 da. Einen Gipfel bei der Unsteigt die Party. Und das so aussehen, das könnt auch ihr. Da, 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 da. Einen Gipfel bei der Unsteigt die Party. Die Party jetzt. Und da, 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 da. Einen Gipfel bei der Unsteigt die Party. Ich spiel so lange, bis alle mit singen. Da, 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 da. Einen Gipfel bei der Unsteigt die Party. Und noch ne Runde. Da, 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 da. Einen Gipfel bei der Unsteigt die Party. Party, Party. Da, da, da. Da, da, da. Einen Gipfel bei der Unsteigt die Party. Wunderschön. Ja. Das passt ins Bild. Hör doch. Halt so wild. Wer würde helfen können, wenn man zuhause bleibt und chillt. Nur die Harten kommen in den Garten. Doch gemein ist nur der Garten für die Harten. Und im Garten nebenan wird gegrillt. Da, da, da. Da, da, da. Einen Gipfel bei der Unsteigt die Party. Party, Party. Ja. Da, da. Da, da, da. Einen Gipfel bei der Unsteigt die Party. Denn für einen Holzweg geht sich die Strecke viel zu steinig. Für einen Holzweg geht sich der Weg auch viel zu schwer. Ein Held bewegt sich. Steht eh im Tisch. Auf das Ziel zu ist die Strecke auch eklig. Neblig und uneben. Hebt sich und dreht sich und so. Solang die Steigung in den Bein schmerzt ist Hoffnung. Denn es geht merkt auf. Danke euch. Ihr seid so krass. Okay, ich glaube wir werden hier gleich von der Bühne geschmissen. Aber bevor wir das machen, noch einmal wie versprochen. Danke, dass ihr so toll mitgebracht habt. Ihr seid echt groß. Bevor wir das machen, machen wir noch einen letzten Husser Song.